Sag ich Ihnen ganz ehrlich, als jemand, der tagelang versucht hat, einen Impftermin zu bekommen, rechtzeitig fühle ich mich da ein kleines bisschen veralbert, dass diejenigen, die einfach keine Lust haben, jetzt irgendwie mit Geschenken geworben werden. Ich kenne den Impuls, höre ihn häufig. Ich habe selber Tage verbracht als freiwilliger Helfer im Impfzentrum. Es ist doch richtig, was wirkt, das hilft. Und was hilft, das sollten wir tun. Wir haben doch noch bei weitem nicht alles ausgeschöpft. Gehen wir doch erstmal in Richtung niedrigschwelliger Angebote. Gerade hat in Thüringen für eine Bratwurst ein Impfzentrum die Quoten verdoppeln können. Wir haben vor Monaten gesagt, Impfen am Supermarkt können erstens Bratwurst statt Bratwurst mit Senf, auch Bratwurst mit Spritze oder Senf und Spritze. Wir müssen vor die Supermärkte für die Jüngeren. Warum nicht Impfdiscos, warum nicht Impfkinos, warum nicht die BVG impfen lassen? Da geht doch noch ganz viel. Also die FDP hat viel Fantasie, notfalls mit Bratwurst zur Impfung locken. Danke für den Besuch heute, Johannes Vogel. Und weiter geht es jetzt mit euch in Köln. Also ich als Thüringer Mädchen kann das mit der Bratwurst sehr gut nachvollziehen. Dankeschön, Michael Strempfeld. Das denke ich mir. Grüße ins Hauptstadtstudio. Als Rheinländer nehme ich dann Kölsch, Blutwurst und wegen mir auch Erdbeerkuchen dazu. Sehr gerne. Und die Spritze dann, wenn es sein muss. Eine Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst. Eine Bratwurst, äh, Bratwurst statt Bratwurst mit Senf, auch Bratwurst mit Spritze oder Senf und Spritze. Eine Bratwurst. Bratwurst. Bratwurst.